Wir sollten vielleicht noch einmal unseren Angriffsplan auf MaraCourt durchgehen. Was meinst du? Der Tratsch doch nur. Was ist hier los? Verrückt. Mitkommen Bulli. Na geht doch. Na geht doch. Ich habe euch schon ein bisschen Arbeit abgenommen. Bei den nächsten Gegnern probieren wir dann den Einschlag. Ich hole mir den, ihr macht den Rest. Das war kein guter Anfang. Tanz du mal. Komm schon. Warum zieht das du jetzt so rum? Es scheint zu wenig Ausdauer für Magic. Verdammt. Ich schätze das lag an der Ausdauer. Stamm zu Tode. Stamm zu Tode. Das gilt da mal entspannt. Weiter mit Eis. Wuuu. Huuu. 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 Er hat launched. Ich hör einfach weiter drauf. Ich habe eine Granate geworfen. Huuu. Hat er. und ich hab bald Eisschaden unnutz gemacht ne du wirst noch ne Granate Bulli wir rennen da mit dem Schwert ich bin jetzt ja schon in der Ecke komm schon Bulli können die auch ne Bar relativ unsterblich oder nicht dieser Prinzipal ist erledigt wer ist der Nächste oh wie geil 6 und a half hours later nein keine Granate werfen böser Kurator auf den Boden mit dir haut drauf guter Junge zum Teufel war das gerade wer hat da noch Granaten geworfen nur nach seinem Tod nur nach seinem Tod schau auf der schau bei schau schau